Also ich habe sehr starke Flecken im Gesicht und etwas... Was für Flecken denn? Gucken wir uns gleich an den Ausschlag haben Sie, ja? Also ich bin jetzt zwei Wochen jeden Tag auf die Sonnenbank gegangen. Sie sind bitte was? Ich höre so schlecht. Zwei Wochen jeden Tag auf die Sonnenbank gegangen? Die Mädels bei mir im Büro, die sind alle so schön braun. Die machen immer Urlaub und ich habe den Job gerade neu und kann mir keinen Urlaub leisten. Ich wollte halt irgendwie auch quasi mit dazugehören und dachte, jetzt waren Sie zwei Wochen jeden Tag auf der Sonnenbank. Ja, und als ich dann noch den Selbstbrunner benutzt habe. Zusätzlich. Es juckt und rennt auch so. Machen Sie vielleicht da oben, das reicht mir schon. Ja, ich bin ein bisschen auseinander. Machen Sie mal einen Kumpel hoch. Ja, guck mal hier, aber wirklich, ne? Richtig kleine Briechen. Genau da, das ist kein Ausschlag, das ist eine Allergie.